Weiter geht es in der Zeit nach der Schlacht von Endor mit der Kurzgeschichte Der Tag der Finstere Nacht von Jean, ich habe Angst ihren Nachnamen auszusprechen, Rape, R-A-B-E, sowie Rabe im Deutschen, das ist ein wirklich sehr unglücklicher Nachname. Diese Kurzgeschichte ist enthalten im Buch Kampf um die Neue Republik. In dieser Geschichte sind wir komplett weg von Imperium und Rebellen. Wir folgen hier zwei Weequays in ihren Flitterwochen auf dem Planeten Celos II. Sie befinden sich dort auf Schatzsuche, es war eine spontane Entscheidung dort, und zwar am Tag der Finstere Nacht, ein besonderes Ereignis, bei dem es auf Celos zu einer Sonnenfinsternis kommt und der Meeresspiegel sinkt. Und das soll es ermöglichen, an einen bestimmten Schatz heranzukommen, um den es Legenden gibt. Während sie dort mit dem Schiff also unterwegs sind auf dem Meer, treffen sie auf zwei gestrandete Schiffbrüchige, die auch nach dem Schatz gesucht haben, und sie nehmen sie mit. Und schließlich gelingt ihnen es allen zusammen, den Schatz tatsächlich zu finden, in einer Höhle, und sie bemerken dann aber, dass der Meeresspiegel wieder steigt, das Wasser steigt an, und die Höhle wird geüberflutet. Und sie nehmen so viel mit, packen so viel ein, auch in Taschen und so, wie sie halt können, und entkommen gerade noch rechtzeitig. Dann stellt sich jedoch heraus, am Ende, dass die zwei Schiffbrüchigen, die sie mitgenommen haben, und der Käpt'n des Schiffes zusammengearbeitet haben, und die Wequays nur ausgenutzt haben. Und sie hauen jetzt mit dem Großteil des Schatzes ab, und lassen die zwei Wequays einfach zurück. Diese haben jedoch einige der Edelsteine und Schätze in ihren Taschen und so weiter verstaut, und haben jetzt trotzdem selbst noch etwas behalten, und beschließen, damit ihren Rachefeldzug gegen diese Schatzsucher zu finanzieren. Denn ganz am Schluss erfahren wir, diese beiden Wequays sind nicht nur ein Pärchen in ihren Flitterwochen, sie sind auch zwei gefürchtete Kopfgeldjäger in diesem Sektor. Diese Geschichte hat im Grunde nichts mit irgendwas zu tun, sie steht komplett für sich alleine und losgelöst von allem. Aber darum gefällt sie mir, sie ist eine nette kleine Abwechslung. Ich hatte meinen Spaß an der Story und würde sie auch auf jeden Fall weiterempfehlen, natürlich wird man es lesen, wenn man die Kurzgeschichtensammlung Kampf um die Neue Republik hat. Sie ist im großen Ganzen betrachtet absolut unwichtig, aber es ist auch nett, mal solche kleineren Storys über die unwichtigen Charaktere zu haben.